Ladies and Gentlemen, die Gewinner der 74. Hungerspiele, Katniss Everdeen und Peter Mellark. Sie ist nicht die, für die Sie alle halten. Sie will nur Ihre Haut retten. Nichts weiter. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung für Sie geworden und muss eliminiert werden. Was meinen Sie? Ja, sie muss sterben. Aber auf die richtige Art. Zur richtigen Zeit. Katniss Everdeen ist ein Symbol. Wir müssen sie nicht zerstören, nur ihren Ruf. Und allen zeigen, dass sie jetzt eine von uns ist. Sollen Sie sich ruhig hinter sie stellen. Sie werden sie so sehr hassen, dass Sie sie für uns umbringen. Hey Mitch, bitte. Hilf mir, dass ich diese Reise überstehe. Diese Reise wird nicht enden, wenn du nach Hause kommst. Und was nun? Von jetzt an seid ihr nur noch ein Ablenkungsmanöver, damit die Leute vergessen, was die wahren Probleme sind. Die Leute vertrauen dir, Katniss. Du hast ihnen eine Chance geboten. Sie brauchen nur den Mut, sie zu nutzen. Wegen dir lebe ich noch und habe eine Chance. Ja, um zu leben. Nein, um zu handeln.